Jetzt sind wir wieder online. Er müsste gleich wieder da sein, ja. So, jetzt kommt er wieder. Ach ja, mein Internet hat gerade irgendwie rumgezickt. Warum auch immer. So, was hat denn der Dustin jetzt gemacht? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Der Dustin ist auf den mit der Maske zugelaufen, nur mit der Axt. Oder mit dem Baseballstecker. Er hat versucht, den zu achsen, ist aber leider erschossen worden. Wo ist der denn hin, der Typ? Ach, da ist er. Keine Ahnung. Ah, ich weiß, ich weiß, wo der ist. Aber toll, super Aktion, Dustin. Ja, Dustin, echt gut. Aber ich habe getroffen zweimal. Der sitzt da hinterm Baum, seht ihr das? Der Morphium, aber das ist ruined. Scheiße, ich wollte das gerade, ich habe ja an die Beine gebrochen. So, erbärmlich der Typ, ganz ehrlich. Ich würde ja jetzt runtergehen mit dem Baseballschläger, der hier liegt, aber hat einer noch irgendwas zum Verbinden, irgendwie? Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen, er blutet. Ah, super. Ne, Racks bringen ja nichts. Ich habe ja das Bein gebrochen, ich brauche irgendwie so Stöcke. Jetzt wegrennen, weißt du, das ist so billig, Alter. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich bin Newspawn. Du bist ein ganz großer Held, ganz ehrlich, der da vorne wegrennt. Ein ganz großer Held bist du. Da läuft er. Ja, der rennt jetzt weg. Oh Mann, ist das erbärmlich. Der läuft in Solnitschi rein. Ins Landesinnere, also da. Die Richtung. Wo bist du denn das, den? Mach ich nicht. Der das, den, der das, den macht das schon. Hier liegt doch ein Fernglas bei der Live. Hier liegt glaube ich auch noch eins. Moment, ich nehme mir das mal. Oder ich gebe dem Curry das mal. Ah ne, da hinten war das. Oh, ich habe ein Seil gefunden. Ah, das ist auch rund. Ich komme zu euch. Curry, hier ist noch ein Fernglas. Hinten liegt ein toter Spieler. Lass die ihn, ich brauche, wenn du Stöcke findest. Ich habe den Typen bekommen eben, der liegt da tot auf der Straße. Ja, da müsste noch einer sein. Ich habe den eben echt mit einem Baseballschläger bekommen. Echt? Beobacht ihn mal. Wer, wer, wer ist tot? Da rennt noch einer an der Mauer. Bist du das, das Ding? Wer ist denn tot? Wer ist der andere, glaube ich. Wo sind die beiden? Keine Ahnung. Aber wen, wen, wen meinst du denn jetzt mit, der ist tot? Ne, ne. Der hat sich selber gefunden. Ach so. Ja, der eine Typ ist jetzt abgehauen. Der hat geblutet halt. Und ich habe den einmal getroffen. Und das ist halt echt doof, weißt du? Pussy. Dahint läuft gerade wieder einer? Das ist so schade einfach. Dass es solche Leute geben muss, weißt du? Ja, schade echt. Ich komme hoch. Man will hier lustige Aktionen machen mit der Community, mit den Leuten hier, weißt du? Ist auch ganz lustig. Und dann kommt hier sowas, sowieso jemand an, der meint, einen auf dicken Macker machen zu müssen oder so. Ich komme jetzt hoch zu euch. Alles klar. Dustin. Äh. Wo ist denn der Pfeil? Ja. Oben am Steinbruch? Soll da auch noch einer sein? Oben am Steinbruch? Da sehe ich jetzt keinen. Ich glaube, da war eben einer von denen. Hallo Dustin. Hallo. Na? Wo geht's dir, Dustin? Alles cool? Ja, unten hier. Ja, muss. Super. Bist du der Mann hier? Nee. Die Frau? Die Frau. Ach, hast du noch nichts? Ich bin mit der Weste hier, ne? Ja, ist ja auch egal. Was ist denn der Pfeil tot? Ich will mich nicht wieder anziehen. Komm, wir machen jetzt den Boxkampf und dann ist Schluss. Nee, ich kann leider nicht mehr. Nee, er muss halt wiegen. Okay, mach mal Boxkampf. Patrick. Ja. Was, du das? Das war der Patrick. Ja, das war ich. Komm, jetzt Boxkampf. Danke, dass du mich erlöst hast. Okay, wir machen den Boxkampf jetzt. Ich guck mal, vielleicht kommt mich ja nochmal dahin, wenn ich Glück hab. Der Gewinner, der Gewinner kriegt alles, noch nicht. Sag an, Curry. Ja, warte. Drei, zwei, eins, los. Ich kann gar nicht zuschlagen. Ich kann nicht schlagen. Boah. Okay, tot. Nicht zuschlagen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Curry, das ist nicht so geil wert. Ich kann nicht zuschlagen. DASTIN! Boah, ich hab schon zwei gekillt, Alter, ich bin die Tötungsmaschine schlägt hin! Alter, ich bin in zwei Minuten bei euch! Curry? Wir sind PS-Verschläger! Was bist du denn für einer? Nee, DASTIN, das ist unfair! Ich kann nicht zuschlagen! Ich kann nicht zuschlagen, warum kann ich... Hallo? Warum schlägt... Warum höre ich immer noch die Schlaggeräusche? Bleib liegen! Ich kann nicht schlagen, warum? Drei Frauen, die sich auf dem Silo boxen! Irgendwie ne falsche Taste an oder sowas? Wartet ihr noch kurz? Ihr müsstet mich sogar schon sehen! Ich bin auf der Straße! Zack! Ich kann auch schlagen! Au! Ja, ohne Gegenwehr, ist ein paar Curry! Huah! Huah! Du schlägst doch gleich eh noch wieder auf, du bist doch noch nicht tot, oder? Nö! Bleib liegen, hab ich gesagt! Oh, mein Bein wurde gebrochen! Geil, Leute! Ihr seid die Helden! Ihr seid echt cool! Ihr seid der Wahnsinn! Oh Mann, ey! Ist das einfach blöd! Bist du tot? Nee! Nur meine gebrochen! Aber die schießen halt auf uns von oben auf den Berg! Oh, super! Hey! Ja, geil, ne? Mhm! Ich bin wahrscheinlich jetzt gleich tot! Ja! Ach, Leute! Ihr seid richtige Helden! Ganz ehrlich! Oh! Ich hab irgendwie Lust! Ich bin gerade am Siebel! Ich hab irgendwie Lust jetzt mir noch den... Ja, die sitzen da unten! Die sitzen da, glaub ich, irgendwie die zwei wieder und äh... Ich hab jetzt eine Sniper genommen! Ja, Dustin! Komm mal runter! Komm mal runter zum... Komm mal hier runter! Hier runter! Ich hab noch niemanden gesehen von denen! Hey! Oh, ich war getroffen! Wir sind ein paar bewaffneter! Ich bin bewusstlos! Hallo! Hallo! Super! Ja, Dustin, kommst du... Bist du tot? Ich bin tot! Ja, ich würde gerne noch die Musi da oben runterholen! Ich bin auch tot! Ja, was? Die Musi da oben! Achso! Die müssten irgendwo... Habt ihr die schon gesehen? Ja, die sind da oben! Die sind nicht auf dem Berg! Ich glaub unten am Wald halt! Die konnten mich auch erst abschießen, als ich... Nee, nee! Ich bin gerade dabei schon... Als ich äh... Wieder aufgestanden bin! Weil hier sind gerade zwei wieder von den... Von unserer ursprünglichen Gruppe gekommen! Die sind gut ausgerüstet! Die machen das jetzt klar! Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, Gott! Oh, nee! Auf jeden Fall irgendwo von... Wer ist das? Wer ist da vorne gespawnt? Guckst du das, Patrick? Nee! Hallo? Weißt du, wo ich jetzt gespawnt bin? Nee! Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ich glaub ich bin hier... Svetlio Yask oder so bin ich gespawnt, glaub ich... Oh Gott! Boah, die schießen ja immer noch! Ich hab ja die Musi genommen und ich hab genug Schuss! Also meine Musi? Ja! Ich versuch jetzt mal, noch ein bisschen Stress zu machen! Ja, brennen! Finde ich jetzt gut! Aus! Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu euch kommen kann, ne? Ich weiß... Ich bin halt... Äh... Da, wo der Dustin gespawnt ist! Ja, wer... Also ich versuch jetzt, das noch irgendwie klar zu machen, ja? Ansonsten können wir ja gleich auch Schluss machen, sonst... So... Komm, jetzt machen wir das klar hier! Hol den dir, Patrick! Auf jeden Fall! Wenn ich mir ne Waffe holen könnte, dann würde ich mir das sofort tun! Ich glaub, hier kommen wir dann gleich, äh, in Richtung... Ach komm, wir machen das jetzt hier! Hier ist ne Leiche! Wer hat grad gesagt, hier ist ne Leiche? Mhm! Habt ihr das auch gehört? Ja! Ich hab das auch gehört! Warum hab ich das denn auch gehört? Keine Ahnung, vielleicht bist ihr hier doch in der Nähe oder wo bist du? Nee, ich bin voll nicht in der Nähe! Ich bin hier an dem... an dem Boot! Gleich! An dem großen Schiff! Ja, wenn... wenn ihr die im Visier habt, dann schießt doch! Da brauchst du doch gar nicht mehr fragen! Nee, ich seh' ich... Nee, ich mein' hier, hat grad jemand in den Chat geschrieben! Ach so! Wo sind die denn? Weiß ich nicht! Sch... Schreib mir das doch mal bitte einer! Ich lauf hier nach am Silo rum! Hm... Würd mich ja gern nochmal bedanken! Kann sein, dass gleich Schüsse fallen, ne? Würd sich also gern nochmal bedanken, Patrick! Ja, bei den zwei Typen hier! Okay! Würd gern nochmal Danke sagen! Ja, ich auch! Am besten so Danke ins Gesicht sagen! So, so, weißt du? Genau, genau! Ja, keine Ahnung, wo wir jetzt hin sind! Ich feel hungry! Das ist toll! Ah, da vorne ist das Schiff! Also, ich glaub wir schaffen das nicht mehr! Ach, da bist du! Das ist halt jetzt ein bisschen Gerenne, ne? Also, wir könnten es schaffen, nur es dauert halt! Es dauert halt echt lange! Okay! Ich hab eigentlich vier Waren dort! Ich bin trotzdem aber nicht unbedingt immer noch dort! WTF, wieso höre ich den Typen reden, Alter? War doch ne Frau! Bei mir war das grad ein Typ! Nee! Er hat gesagt irgendwie Munition, irgendwas! Okay, dann war das jemand anderes! Schuss! Auf euch! Es kommt von rechts! Es kommt von rechts! Es kommt von rechts! Das hab ich auch gehört! Und ich bin hier in Berizzino! Von hier? Von rechts, ja! Okay! Okay! Ich bin hier in Berizzino! Ich bin hier in Berizzino! Ich bin hier in Berizzino! Ja, mit mir läuft noch jemand! Ja! Ich glaub das ist ja diejenige oder der, den ich grad umgeboxt habe! Ich bin hier in Berizzino! Er hat auf der Karte! Ja! Ich bin hier in Berizzino! Ja! So, ich bin jetzt hier an der Tankstelle. Oh man. Ich kann es noch schaffen. Seht ihr die Leute denn noch oder was? Oder sind die noch da? Wir sind hier gerade so ein bisschen am gucken. Irgendwo müsste die noch sein. Was? Sehst du die? Okay. Seht ihr die? Ne, ne. Ich meine, vielleicht können wir hier mal eben gucken, ob wir hier was zu looten haben. Was ich eher bezweifle. Man weiß ja nie. Schade eigentlich. Der King 81018 sagt, er ist seit 14 Uhr dabei und es macht echt Spaß, um zuzuschauen. Wer rennt denn da vorne? Alter! Da vorne rennt jemand volle Munition. Und der hat uns noch nicht gesehen. Boah, wenn ich jetzt eine Axt hätte, ne? Oh man, ich würde so wegachsen. Das ist der Typ mit der Maske. Ne. Hallo? Friendly, 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 friendly. Irgendwie der Typ mit der Maske. Ne, ne, das ist der nicht, das ist der nicht. Nicht? Hat der andere Maske an oder was? Ich dachte schon, der wäre jetzt zu euch gelaufen. Ähm, wäre ein Zino, der kommt auf uns zu jetzt. Ja, da läuft einer über die Straße. Ah, ich glaube, das ist Fallout Girl, mit der ich hier rumrenne. Ich dachte, die wäre bei mir. Leute, da guckt jemand den Link, äh, den Stream. Hallo, wer ist da bitte vor mir? Also, es geht hier ab. Shut up! Don't shoot! Ähm, Curry, du sollst Butterbrot mal grüßen. Ich grüße Butterbrot. Was, weil ich was? Ne Wetter am Laufen. Ich grüße Butterbrot. Mir wird reich durch dich. Alter! Wie viele Leute da sind, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich bin schon wieder tot. Das kannst du vergessen. Ja, dann machen wir hier mal langsam ein Ende, oder? Warte, warte, ich gucke, wo ich noch spawn und dann, äh... Ja, vielleicht hast du ja Glück, dass du hier irgendwo, kam ich hoch oder spawst. Alter, da kam, da kam... Da war einer mit Waffe und da kamen dann noch irgendwie zwei Leute oder so, die auf mich geschossen haben. Ja, es soll heute nicht mehr sein, glaube ich. Ah, schade. Ich hätte dich gern nochmal geboxt da oben. Ich hätte dich gern nochmal geboxt. Ne? Aber liebevoll. Ja, genau. Ja. Hm, hm. Hm, hm. So wie immer halt. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin auf einer... Oh, okay, dann hat sich erledigt. Ich bin in Svetlo-Jarsk. Alter. Ja, würde ich mal sagen, beenden wir das hier, oder? Weil das hat ja keinen Sinn mehr, weil ich muss ja dann wieder durch Berin ziehen oder bin ich wieder tot und... ...mum ich wieder von da anfangen. Hallo. Oder was sagt ihr, Patrick, dass sie... Ja, ich würde auch sagen, wir machen dann hier mal Schluss an dieser Stelle. Ja, das stimmt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat super funktioniert. Also besser als ich gesagt hätte jetzt. Direkt fürs erste Mal. Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen das noch mal mit dem Silo auf jeden Fall wiederholen irgendwann. Ja, wir müssen das sowieso mal wiederholen mit dem Stream. Ja, das sowieso. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Macht ja Spaß und wie viele Leute da jetzt mit zugeguckt haben. Danke an euch alle! Und dann würde ich mal sagen, sagen wir einfach mal... Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das auf YouTube hochgeladen wird, aber man kann sich das auf jeden Fall hier im Nachhinein nochmal auf Twitch anschauen. Und ja, werdet ihr dann sehen, ob ich es dann auf YouTube hochlade irgendwie. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich bei dem Patrick und bei dem Dustin und bedanke mich natürlich bei euch allen anderen, dass ihr alle zugeschaut habt. Ich grüße nochmal alle, die gegrüßt werden wollen, weil das so viele sind. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal! Ja, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.